Beim Arpeggio, das Arpeggio, wird der Daumen immer Apollando gespielt. Es sei denn, die Nachbarseite wird gleichzeitig oder unmittelbar danach, zum Beispiel mit I, mit dem Zeigefinger angeschlagen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Das traditionelle Flamenco-Tremolo wird in einer Quintole mit der Abfolge P, I, A, M, I gespielt, wobei der Daumen wieder angelegt wird. Apoiado! 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 Untertitelung des ZDF, 2020